In diesem Video zeige ich euch super einfache Laugenstangen. Richtig lecker. Müsst ihr ausprobieren. Ein bisschen Mehl in der Schüssel, Salz und dann die selbst hergestellte Hefe. Das Hefewasser. Wie das geht und die Alternativen dazu, findet ihr oben rechts unter dem i. Danach kommt noch ein Löffelchen Zucker hinein. Ich habe jetzt Zuckerrüben-Sirup genommen. Ihr könnt auch Honig oder anderen Zucker oder anderen Sirup verwenden. Klappt genauso gut. Danach noch ein bisschen Butter. Die Veganer unter euch ersetzen dies mit veganer Butter und können auch die Kuhmilch mit Pflanzenmilch austauschen. So, das war's schon ihr Lieben. Das geht jetzt ab in die Küchenmaschine. Ihr könnt bei dem Mehl sowohl 630er Dinkelmehl als auch 405er oder 550er Weizenmehl verwenden. Ich schreibe in meinen Rezepten immer einfach Mehl, wenn ich helles Mehl meine und Vollkornmehl, wenn ich, naja, Vollkornmehl meine. Das irritiert manche, deswegen sage ich es jetzt hier nochmal explizit dazu. So, und den schönen weichen Teig gebe ich jetzt hier in ein Glasgefäß. Lass ihn bei Zimmertemperatur stehen, bis er sich verdoppelt hat. So sollte das aussehen. Denkt daran, Hefeteig liebt 28 Grad mindestens, deswegen warm stellen. Entweder habt ihr so eine warme Küche wie bei uns oder in den Backofen mit eingeschaltetem, lichtunggeschlossener Tür oder einen Gärautomat. Das ganze Equipment, was ich euch empfehle, aber natürlich auch das Rezept mit den Mengenangaben, findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Aber das Rezept gibt es auch nochmal zum Schluss eingeblendet, dann könnt ihr euch einen Screenshot machen. Ich zerteile jetzt hier diesen Teig in acht gleich große Stücke und das ist ein super einfaches Rezept. Und ich muss tatsächlich gestehen, ich habe schon ganz lange keine Laugenstangen oder Laugenbrötchen mehr gemacht. Ich weiß gar nicht warum. Es ist so einfach, macht so viel Spaß und es ist mit der Natronlauge, die ich euch heute zeige, auch wirklich ungefährlich. Alternativ gibt es eine sogenannte Ätzlauge. So macht der Bäcker das und die kriegt ihr auch nur in der Apotheke oder online. Falls euch das interessiert, dass ich euch das mal zeige, schreibt es mir gerne in die Kommentare. So, nachdem ich die Brötchen rund geformt habe und nochmal zehn Minuten habe ruhen lassen, forme ich jetzt ganz einfach die Laugenstangen. Am Ende werde ich ein bisschen spitz zu gehen, aber nur ganz leicht. Lasst das Ganze nochmal 30 bis 60 Minuten ruhen, bevor ich dann hier das Wasser in meiner Ries-Emalie-Pfanne erhitze und gebe dann ganz vorsichtig das Natron hinein. Ihr seht, es sprudelt immer wieder auf. Das ist nicht schlimm, aber deswegen bitte vorsichtig hineingeben, damit euch das nicht alles überläuft. Und hier einen großen Dank an Ries-Emalie, dass ich eure Pfanne ausprobieren durfte. Die ist richtig klasse und ich nutze die Pfanne jetzt, weil ich da einfach mehr Gebäck gleichzeitig reinbekomme. So werde ich schneller fertig und wir können schneller essen. Ist aber auch tatsächlich super zum Anbraten, wichtig bei der Pfanne. Es ist kein Teflon, das heißt, wenn ihr darin etwas anbratet, dann bitte unbedingt ein bisschen Fett hinein. Also entweder Butter, Kokosöl, Pflanzenöl, was auch immer. Aber das ist wichtig. So, nachdem ich das jetzt hier auf die mittlere Stufe runtergedreht habe, kommen einmal die Laugenstangen hinein. Ihr könnt am besten so eine Teigkarte nehmen zur Hilfe, denn diese länglichen Stangen sind ein bisschen schwieriger als die Laugenbrötchen. Die ganzen Rezepte verlinke ich euch hier nochmal zum Schluss. Auch super lecker und ihr seht sie vielleicht schon fertig gebacken im Hintergrund. Und so lecker werden diese langen Stangen auch werden. Fluffig weich, deswegen ist es wichtig, damit ihr dieses Ergebnis bekommt, dass ihr sie nach dem Formen wirklich nochmal 30 bis 60 Minuten aufgehen lasst. Und apropos 30 bis 60 Sekunden dürft ihr das Gebäck nur in der Lauge lassen. So, ich habe das nämlich in einem ausführlichen Video mal falsch gesagt. Deswegen also 30 bis 60 Minuten Brötchen aufgehen lassen bzw. die Laugenstangen und 30 bis 60 Sekunden nur im Laugenbad baden und von beiden Seiten hier eben einmal eintun. Ihr seht, es ist kein Hexenwerk und ja, natürlich ist es vielleicht für manche einfacher zum Bäcker zu gehen. Aber schaut doch mal, wie einfach und köstlich das ist. Und bei den Preisen muss man ja manchmal auch schauen, dass man die Sachen selber macht. Und ich finde, mit der selbst hergestellten Hefe ist es dann sowieso nochmal viel gesünder. So, schnell ein bisschen Salz darauf. Die ganzen Zutaten, aber auch das Equipment, was ich nutze, findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Und wichtig, falls die Stange ein bisschen trocken geworden ist, ein bisschen von der Laugenstange draufpinseln und dann das Salz draufgeben. Kurz einschneiden, falls euch der Teig zu weich ist. Es geht das auch mit einer Schere und ganz schnell ab in den vorgeheizten Backofen. Und danach sehen die so lecker aus. Guckt euch das an und selbstverständlich zeige ich euch nochmal den Anschnitt. Und wenn dieses kurze Video für euch hilfreich war und ihr jetzt Lust bekommen habt, auch Laugenstangen zu backen, dann schreibt es mir doch gerne mal in die Kommentare. Und wenn es sehr hilfreich war, dürft ihr mir auch gerne ein Trinkgeld über Super Thanks oder auch über Paypal mir hinterlassen. Das war ein Wunsch von euch, dass ich euch das zur Verfügung stelle. Es hat ein paar Jahre gedauert, jetzt habe ich es. Und hier sind noch weitere Videos für euch. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen und Nachbanken. Eure Emma Eure Emma Eure Emma Eure Emma Eure Emma